auch als oder bauchschmerzen die woanders lang dann hoffen wir mal dass die wieder da sind die sind ja absolut beschissen ich weiß gar nicht wie man die machen soll hier die hau sofort unter der deckung oder lande aber der plattform höher ist ja auch ja ja was ist das wenn die tropfen wenn die tropfen wenn die tropfen dann gehen wir raus ich möchte auch wissen wo wir jetzt hingehen nein ich weiß das ab er war voll orange mit dem orangen zeichen das ist ja blau mit dem bauzeit aber wo ich gerade die altkiste film eventuell muss ich eigentlich erst mal den neueren gucken davon einfach keine lise am paar kenne ich auch nicht es ist aber auch kein muss also eben sagen mich hat noch nicht ein einziger neuer film vom rocker gehauen die ist nicht vom rocker also ich bin die alle ja bitte sind die alle leider sehr enttäuscht enttäuscht eigentlich also mein also meine ihre fachmännische meinung als disney lieber war das einzige wo sie sich wieder mühe gegeben haben war aladdin aber ich mag ja weiß ich nicht dass es auch ganz komisch geregelt von denen die haben neue passagen und so war das einzige was mir da gefallen hat das genie von will smith gespielt ansonsten ja ich bleibe auf der alten schiene ja die müssten der neueren zielgruppe gerecht werden ja die neue zielgruppe hat auch keine anforderungen da muss aber künziger löwen gesehen ohne scherz ich habe künziger löwen gesehen und ich musste so weinen was die aus timon und pumba gemacht haben es war also ich wollte ganz schwierig was suchen wir dafür gegner du musst ganz zum schluss da wo du wie du siehst da gibt es eine blechdose also sollte ich dir vorher erklären wie das funktioniert der blechdose stimmt ja also er schießt bälle und projekte auf dich also müsst ihr alle und einfach ganz normal weiter angreifen hinterlässt wenn du ihn normal befiegt bei 35 prozent pyrotopfen sechs geschossen 55 und bei 9 95 prozent dass einer rauskommt muss ich neun geschossen überleben oder abwehren zurück schlagen also es sollte aber ich kann mich daran gar nicht erinnern wir haben das schon mal gemacht aber was das ist ein lieb so wir es nicht und besichtbar da quietscht was also erinnert mich an spielte von meinem du bist nicht unbedingt war habe ich gedacht jetzt geben die gar nicht mehr so fliegt wenn man überlegt dass ich früher auch 115 war mega viel weil wir haben das ja schon gegeben wo man die das erste mal in agra war machen alle von olymp gesehen hat dann die durchschnittsgegner 6 bis 12 oder so getroffen aber jetzt ist 115 nix man haufen gelten ja doch schon irgendwie ein haufen gieß 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 dazu geister das weiß ich deutlich machte der zu gut ich nicht den gab es beim manchmal das ist mit dem jetzt hier kann man sich anhauen vielleicht sie auch so lange wenn ich einfach ein kilometer weg weil ich habe die aber nicht in google geht es schon ich gehe weiter boogies refugium da unten das nicht hier ist von also gegnern ja wer sollte der auch sagen ja ich jetzt wo ich das so sehe habe ich absolut keine ahnung er bestimmt haben wir zurückgehen das ist zu was soll das denn jetzt hier genau texte wenn das rote ich kann man warum hatten wir das nicht da war doch eine kiste und drauf oder nicht hier untergefallen ja ja das hat mir doch das ist das da gibt es aback jetzt weg das wird so ein bach ne also die gegner nicht draufstehen würden runter sieht nicht so gut aus ich glaube dass der ist so wie die meisten event gegner sofort schon da wo hd die 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 dann gehen wir zur steinbrücke hin kommst du wohl her damit der der mich die ganze zeit aufhält ich teste mal sieht oder so ich weiß es nicht ob der doch ist nach sporn weil das hat sehr sehr weit weg ist bei den anderen räumen ist das einfache ich möchte sterben los ich befehle es dir ach wozu baut man so ein ding wenn man da nicht mein kopf reinhängen kann ich werde darauf verrosteten moppels die 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 steinbrücke die die steinbrücke die 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 ja aber was kann ich dafür den gibt es ja hallo kann ja nur das aber ich habe mir gehen wir gehen mal einen weg zurück dann muss ich hier das mit dem feuer ding der schlimme ist halt ich weiß es nicht ob der halt von hier oben sichtbar ist wenn das so weit weg ist der verbrügelnde die manche der erscheint nur wenn das rote trio technik von torbogen zu sehen und dann erscheint erstens was sind diese typen da gerade verkehrt wenn das nicht zu sehen ist oder zu sehen wenn es nicht zu sehen ist und nachdem du die diese komischen katzdinger da besiegt erscheint der erst also gehe ich immer runter und suchen es schauen ob das trägt dafür ist das dann da einfach die hatten nicht mal lust ehrlich gesagt nach in der feine mix und irgendwie eine neue text so zu bauen dass das nicht aussieht wie in triotisch er kommt selten auf jeden fall ich meine selbst diese ein schwarzen schwarzen fücher kam sehr häufig da muss ich auch hier noch wird lange weil die noch so gespeichert sind vom spiel von wegen er ist nicht fertig mit dem nicht es ist es ist es ist aber Jetzt schauen wir mal. Oh, ein rotes Röte. Hm, das mag uns nicht so. Noch mal einen Step zurück gehen nochmal. Ach, der doch nicht. Jetzt ist leider echt nervig die Gegend. Das zurückgehen und so fordert immer wieder. Das erfordert immer wieder sich Gegner ohne Ende. Das Level nicht schlecht, aber die Troppen halt nicht das, was wir brauchen. Hau! 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 Hau? Hau! Das stimmt! Oh ich sehe einfach nichts. Nein, ich kann nicht das mit. Hier ist es nicht los. Das war's für heute. schnell rüber bevor ich würde ein gegner sport jetzt kommen dass sie will da muss ich anscheinend eine schlüssel ich habe es nicht mehr . 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